Herzlich willkommen zum Nordlichter-Podcast. Seit September 2023 leben meine Familie und ich im Süden Norwegens. Hier könnt ihr mithören, wie es uns im neuen Land ergeht, was uns begegnet und wie sich das in unseren Herzen anfühlt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge des Nordlichter-Podcasts. Es geht heute, wie schon in der letzten Folge versprochen, um den 17. Mai, den wir letzte Woche hier gefeiert haben. Ich hoffe, dass der Ton heute okay ist, weil wir haben die Riesenbaustelle immer noch vor unserem Haus und ab und an fahren hier die LKWs und Bagger rum. Ich hoffe, dass es euch im Hörerlebnis nicht so stark tangiert. Aber zurück zum Freitag, zum 17. Mai. Der 17. Mai ist in Norwegen ein Feiertag und es ist ursprünglich der sogenannte Verfassungstag. Es wurde am 17. Mai 1814 in Eidesvoll das Grundgesetz des Königreichs Norwegens verabschiedet. Der 17. Mai ist in Norwegen einer der wichtigsten Feiertage und wird überall sehr groß gefeiert und auch sehr ähnlich gefeiert. Ich kann euch jetzt ein bisschen berichten, wie es hier bei uns in Stavanger im Süden Norwegens war. Das ist aber schon recht repräsentativ für die meisten Städte und Gemeinden. Also der 17. Mai fängt schon meistens sehr früh an. Eine große Tradition haben hier auch die Spielmannszüge oder Kapellen, die in den Umzügen mitlaufen, die zum Teil schon sehr früh auch in den Ortschaften unterwegs sind. Bei uns startete der erste Umzug um 10 Uhr, der sogenannte Barnetorge. Das ist der Kinderumzug. Das ist ganz schön, da laufen eigentlich alle Schulen mit und auch ein paar kleinere Vereine, aber vorwiegend Schulen. Und was cool war, ist, dass hier das Ganze in der Nähe von uns angefangen hat. Also wir haben hier nur drei Minuten zu Fuß gehabt zum Ausgangspunkt des Umzugs, was richtig positiv ist, weil ich auch gehört habe oder beziehungsweise auch mitgekriegt habe, schon am Tag vorher, wo ich nochmal mit dem Auto in die Stadt musste, dass das ziemlich kompliziert war, weil die Stadt zum Teil abgesperrt war, dass es sehr, sehr voll überall ist. Ich habe von anderen Leuten in anderen Städten gehört, die gesagt haben, ja, viele empfehlen das, wenn man zu den Umzügen in die größeren Städte will, dass man schon am Tag vorher anreist und in der Stadt übernachtet, weil man sonst kaum noch in die Städte reinkommt. Also hatten wir es hier wieder mal sehr gut gehabt, weil wir alles fußläufig erreichen konnten und wir kein Auto und kein gar nichts brauchten. Das war dann schon mal sehr stressfrei. Wir sind dann zum ersten Kinderumzug gegangen, weil da eben auch die Schule von der LIV mitgelaufen ist. Also da die LIV krank war, ist die dieses Jahr nicht mitgelaufen, aber wird auf jeden Fall nächstes Jahr mitlaufen. Und da sieht man dann schon, wie schön sich alle zurecht gemacht haben. Also die meisten Frauen haben eben die klassische Tracht, die Bühnert an, die aber trotzdem sehr unterschiedlich sein kann, je nach Region. Ich habe auch Frauen gesehen, die jetzt keine klassische Bühnert mit einem Drum und Dran an hatten, aber eben Kleider, die angelehnt sind an die Bühnerts mit besonderen Stickereien drauf und alle die, die eben keine Tracht an hatten, die hatten sich schon sehr schick gemacht. Die Männer waren eigentlich alle im Anzug gewesen und die Frauen dann eben in sehr schönen Kleidern, Sommerkleidern und die meisten hatten eben eine Fahne in der Hand zum Winken und teilweise auch so kleine Fahnenanstecker an der Kleidung. Wir hatten jetzt Haargummis in norwegischer Flagge gehabt, dem ist also auch gar keine Grenze gesetzt, dass man hier alles Mögliche sich anpinnen kann mit norwegischen Flaggen und sonst was. Aber die Flaggen spielen eben eine sehr große Rolle an dem Tag. Das heißt, alle Häuser waren mit Flaggen geschmückt oder wenn man einen Fahnenmast hat im Garten, dann war die Flagge gehisst und das ist also auch ein großer Bestandteil des 17. Mai, dass eben überall die Fahnen sind, dass die Kinder Fahnen in der Hand haben. Auf den Umzügen sind immer auch Fahnenträger dabei. Das ist schön zu sehen und es ist interessanterweise auch ein bisschen überfremdlich als Deutsche, das zu sehen, weil wir das ja in unserer Kultur überhaupt nicht gewöhnt sind aufgrund unserer Geschichte. Es ist hier aber schon in einem deutlich anderen Kontext zu sehen. Es gibt hier auch ein Gesetz, Lof om norges Flagg, da ist ganz genau beschrieben, wie die Flagge verwendet werden soll und darf. Das wird jetzt zwar nicht irgendwie strafrechtlich verfolgt, wird aber schon recht ernst genommen. Also unter anderem steht da drin, dass die Flagge auch nicht mehr nach Sonnenuntergang gehisst sein darf. Das war nämlich auch interessant an dem Tag, denn als wir abends nach Hause gekommen sind, hatten die Nachbarn alle Flaggen schon wieder weg und wir haben uns erst mal gewundert. Und dann habe ich das nachgelesen und dann ist es also eben so, dass dann abends nach Sonnenuntergang keine Flagge mehr draußen sein soll. Warum das so ist, kann ich euch an der Stelle jetzt nicht sagen. Ist aber auf jeden Fall, gibt es da zu diesem Flaggengebrauch schon auch nochmal bestimmte Regeln, die hier verabschiedet sind. Und ja, also zurück zum Bahneumzug, also zum Kinderumzug. Das war wirklich sehr, sehr schön. Die Kinder hatten viel Spaß. Es waren fast alle Schulen der Stadt hier unterwegs, Grundschulen, weiterführende Schulen. Die Lehrer sind mitgelaufen. Es gab Musikkapellen. Es gab Performances, Tanzeinlagen. Und ja, also das war sehr, sehr schön zu sehen. Die Kinder hatten Spaß. Es wurde laut gerufen und gezählt. Und es war auch sehr divers, also im Sinne von, wir haben jemanden gesehen, der sich als Frau definiert in einer Bühne hat. Wir haben Kinder gesehen mit Down-Syndrom. Wir haben Kinder gesehen, die auch schallisolierte Kopfhörer auf dem Kopf hatten, also die ja trotzdem mitgelaufen sind. Aber es wurde eben darauf geachtet, dass sie sich wohlfühlen dabei. Es waren Kinder im Rollstuhl dabei. Also es war rundum ein richtig, richtig schöner Umzug. Wir hatten natürlich perfektes Wetter gehabt. Es war sehr warm. Es war sonnig. Es war alles grün drumherum. Es sah wirklich, wirklich schön aus. Und die Leute, die mit uns am Umzug standen, das war auch schön. Es waren viele mit Babys. Es waren sehr, sehr alte Leute, die sich eben besonders schön auch zurecht gemacht haben. Es waren immer Familien und alle waren bester Stimmung. Also wir sind morgens hier schon aus dem Haus gegangen. Und dann kamen uns die Ersten entgegen und riefen schon gleich Gratuliere Medagen. Also das ist praktisch das, wie man sich an dem 17. Mai hier begrüßt. Also dass man sich eben beglückwünscht. Also Gratuliere Medagen ist eigentlich herzlichen Glückwunsch. Auch zum Geburtstag sagt man das. Aber es ist eben jetzt hier am 17. Mai der Begrüßungsspruch. Wir waren also von dem Bahneumzug, vom Kinderumzug schon sehr begeistert. Und es war eine sehr, sehr schöne Einstimmung in den Tag damit. Und es gibt hier in Stavanga drei Umzüge. Also wie gesagt, den Kinderumzug um 10 Uhr. Dann gibt es um 12 Uhr den Rüsse-Torget. Das ist der Rüsse-Zug. Dazu erzähle ich euch gleich noch was. Das ist auch was sehr Besonderes. Und dann gibt es am Nachmittag um 16 Uhr noch den Volke-Torget. Und das ist dann nochmal der große Umzug in der Stadt, wo dann ganz, ganz viele Vereine und die Polizei und die Feuerwehr und ich weiß nicht, wer alles mitläuft. Also man kann quasi den ganzen Tag sich mit Umzügen verlustieren. Es ist dann so, dass viele auch am 17. Mai sich zum Sektfrühstück treffen. Und es gibt dann eben bestimmte Sachen, die man isst auch. Also es gibt ganz, ganz viel Kuchen, Kake. Es wird sehr viel Eis gegessen, Würstchen. Es wird Sekt getrunken. Also es wird wirklich schön gefeiert. In der Innenstadt waren auch ganz viele so Food-Trucks aufgestellt, wo man sich was kaufen konnte. Und wir sind dann nach dem Kinderumzug, nachdem wir den uns angeguckt hatten, waren wir um 12 Uhr eingeladen bei Norwegern, also bei norwegischen Freunden, die uns zum Frühstück oder beziehungsweise Brunch eingeladen hatten. Und das war natürlich was sehr Besonderes für uns. Da haben wir uns sehr gefreut, weil wir das jetzt quasi dann auch direkt aus erster Hand miterleben durften mit Norwegern. Und das war sehr schön. Es gab dann eben auch Sekt und es gab eben so eine Art Brunch-Frühstück. Und dann gab es eben zum Mittag hin tatsächlich Kake und es wurde also Kuchen oder Torte. Es wurde uns dann eben auch gesagt, dass es auf gar keinen Fall geht, dass man irgendwie die Feier verlässt, ohne den Kuchen gegessen zu haben. Also in unserem Fall war es jetzt Schokokuchen mit Vanilleeis. Das heißt, es gibt hier aber auch ganz oft Marzipantorte oder was hier auch sehr, sehr oft gemacht wird am 17. Mai ist die sogenannte Pavlova. Das ist so eine Art Baiser-Boden, den kann man auch sogar fertig kaufen. Der wird dann mit einer Vanillecreme oder einer Zitronencreme belegt und darauf kommen dann die Beeren, also Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Und dann meistens dann auch noch in Form der norwegischen Flagge. Das ist dann auch etwas sehr Typisches, diese Pavlova zu essen an dem Tag. Ja, wir waren dann eben, wie gesagt, zum Brunch eingeladen. Das war sehr, sehr schön. Unsere Gastgeber hatten dann auch tatsächlich Bühnerts an und die Männer eben Anzüge. Und dann sind wir zusammen nach dem Brunchen auch nochmal unten an den Umzug in die Stadt gegangen. Der hat uns aber nicht so ganz so gut gefallen wie der Kinderumzug. Das war eben, der Kinderumzug war schon sehr, sehr schön und auch irgendwie sehr besonders. Jetzt muss man dazu auch sagen, dass dann um die Uhrzeit zwischen drei und vier schon der ein oder andere sehr schwankend in den Straßen unterwegs war, weil eben ja viele schon sehr früh dann auch auf den Beinen waren und der Alkohol dann auch fließt. Und ja, wir haben uns dann noch ein Stückchen von dem großen Zug angeguckt, in dem dann auch so Tournergruppen, Cheerleaders, alle ihre Performance gemacht haben. Und überall sind natürlich sowohl morgens schon bei dem Zug als auch nachmittags die Spielmannszüge mit dabei. Also das hat hier auch eine große Tradition, die dann eben Musik machen. Und das ist schon schön anzusehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir sind jetzt beispielsweise keine Karnevalisten. Also wir würden jetzt nicht nach Köln oder Mainz zum Karnevalsumzug gehen. Deswegen ist jetzt so ein Umzug an sich für uns nicht so wirklich attraktiv. Das war jetzt tatsächlich anders mit den Schulen morgens. Das war irgendwie schöner. Aber zurück zu den drei Umzügen. Jetzt habe ich ja von den ersten und vom letzten erzählt. Und es gibt in der Mitte noch den sogenannten Rüsse-Torget. Und der Rüsse, das ist also auch was ganz Besonderes hier in Norwegen. Es gibt die sogenannte Rüsse-Tiden und Rüsse sind also die Schulabgänger. Also es sind eigentlich die Jahrgänge 12., 13. Klasse, also der Oberstufenjahrgang. Und die sogenannte Rüsse-Tid, also die Rüssenzeit, die startet Ende April. Und der letzte Tag ist der 17.5. Und man muss sich das also so vorstellen, dass die Jugendlichen dann quasi ihren Abschluss von der Schule feiern. Das wird hier ziemlich intensiv gefeiert. Die haben teilweise Busse, also richtige Reisebusse, die sie dann auch irgendwie entsprechend einfärben lassen. Die mieten sich dazu einen Fahrer. Also es ist auch relativ kostenaufwendig, was ich so mitgekriegt habe. Und sie haben alle so Overalls an, die gleichfarbig sind. Also es gibt die sogenannten Rötrüssen, also die roten. Das sind die mit den roten Anzügen. Das sind die, die Abitur machen. Dann gibt es welche mit blauen. Das sind die, die also hier jetzt eher so Berufsschule machen oder Wirtschaftsgymnasium. Bei uns habe ich jetzt bisher tatsächlich nur rote und blaue gesehen. Es soll noch grüne geben. Das ist mehr so welche, die dann Richtung Forst und so gehen. Es soll auch schwarze noch geben. Die habe ich aber hier in Stavanger tatsächlich beide noch nicht gesehen. Also man sieht dann eben diese Kids vier oder drei oder vier Wochen lang in diesen Overalls hier auch überall so in der Stadt rumlaufen. Und das Interessante ist dabei, dass das alles vor den eigentlichen Abschlussprüfungen stattfindet, was so ein bisschen weird ist. Weil natürlich auch Alkohol eine große Rolle spielt, leider auch Drogen. Es läuft manchmal ziemlich aus dem Ruder, was man so mitbekommt. Und danach eigentlich erst tatsächlich die Abschlussprüfungen anstehen, was natürlich ein bisschen schwierig werden kann für den einen oder anderen. Der Begriff Rys kommt eigentlich ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so mehr oder weniger sich die Hörner abstoßen. Also es ist auch tatsächlich so ein bisschen so ein Ritual, in die Erwachsenenwelt einzusteigen. Es hat also nichts mit dem Russen an sich zu tun. Es wird hier auch manchmal so ein bisschen verwechselt in den Medien. Also weil das viele Leute dann von außerhalb wohl damit assoziieren und das jetzt gerade unter dem aktuellen Konflikt hier natürlich nicht so optimal ist. Aber es hat tatsächlich nichts mit dem Russischen oder den Russen zu tun, sondern es heißt eben, dass die sich in dieser Zeit die Hörner abstoßen. Ja und diesen Russenzug oder Rüssezug, den es dann am Mittag gibt, markiert dann wirklich diesen Abschluss dieser Zeit. Dann machen die Jugendlichen eben mit ihren Bussen und auch irgendwie mit ein paar Performances so einen ganz, ganz kleinen Umzug, wo die sich dann auch nochmal so ein bisschen feiern lassen. Und dann ist praktisch nach dem 17. Mai diese Zeit für die zu Ende und dann geht es halt in die Prüfungen oder in die letzten Vorbereitungen zu den Prüfungen um. Also das ist tatsächlich etwas sehr typisch Norwegisches, was ich im Vorfeld überhaupt noch nicht kannte, was auch immer wieder so ein bisschen umstritten ist, weil es eben auch da zu Ausfällen kommt und eben mit dem Alkohol das auch ein Problem ist. Und weil es eben auch recht lange geht und recht kostenintensiv ist. Ja, aber es ist nun mal hier jetzt eine Tradition, das findet hier statt und ich meine gesehen zu haben, dass also im Königshaus dieses Jahr der eine Sohn, glaube ich, auch Rüsse war und die dann eben auch vor dem Königshaus vorbeimarschiert sind. Wir haben nämlich den Fernsehlaufen gehabt, wo wir eingeladen waren und dann sieht man praktisch auch das ganze Geschehen in Oslo, wird dann live im Fernsehen übertragen, weil eben das Königshaus dann eben auch auf den Balkon tritt und den Kinderumzug quasi in Empfang nimmt und ihnen zuwinkt. Und ja, das hat hier also auch eine große Tradition. Ja, und zum Thema Königshaus ist vielleicht auch ganz interessant, dass der König Harald in 2022 eine sehr bekannte Rede gehalten hat, weil der 17. Mai ist gleichzeitig auch ja noch internationaler Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Seit 2005 wird es gefeiert und der Monarch von Norwegen hat also in 2022 eine bekannte Rede gehalten, in der er sagt, Norwegen seid ihr, Norwegen sind wir, Norwegen ist eins und redet davon, dass eben Norweger sind Mädchen, die Mädchen mögen, Buben, die Buben mögen, Mädchen und Buben, die einander mögen. Norweger glauben an Gott, Allah, alles und nichts und hat damit im Grunde genommen diesen Grundstein gelegt für die Offenheit der Norweger und auch die menschlichen Werte eben sehr hochgehangen und damit auch ein klares Statement gegen einen Rechtstrend auch in der norwegischen Politik gesetzt. Und das passt natürlich auch sehr schön dann zu diesem 17. Mai. Ja, das war es hier vom 17. Mai. Wir hatten also wirklich eine sehr, sehr schöne Feier. Wir hatten Kuchen, wir hatten Eis, wir hatten Umzug, wir hatten uns alle schick gemacht. Ich habe ein paar Bilder auf Instagram auch hochgeladen und hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Es ist tatsächlich was Besonderes, dass eine Nation so feiert, vor allem wenn man es eben aus Deutschland gar nicht gewöhnt ist und man es sich auch schlecht vorstellen kann. Aber alle Menschen waren so freundlich und haben sich einfach an diesem Tag so gefreut und die Kinder sowieso. Ja, es war eine sehr besondere und schöne Atmosphäre gewesen und hat wirklich Spaß gemacht. Also wir hoffen, dass im nächsten Jahr der 17. Mai wieder so schönes Wetter hat zum einen und natürlich auch wieder so eine schöne Veranstaltung wird. Ja, dann hoffe ich, dass euch der kleine Ausflug zum Nationalfeiertag gefallen hat und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.